Herzlich willkommen zu einem weiteren Pluto in Wassermann Video und das Wichtige an dieser Zeitenwende, an diesem Zeitenwandel bewegt ja ganz ganz viele. Ich merke das bei meinem letzten Video und deshalb möchte ich heute noch einmal auf diese Grundenergien eingehen und vor allem auch noch einmal dir einen Leitfaden geben, was du tun kannst, um was es für dich vielleicht geht bei dieser Konstellation. Vorne weg geschickt, der Pluto, der Planet der Transformation, der Planet des Stirb und Werde, der Planet der Fixiertheit, der fixen Bindungen, das ist auch das Binden an Ideen und an Gedanken, ist ins Zeichen Wassermann eingetreten am 21. Jänner. Und Wassermann ist ja die Vision, es soll etwas Neues kommen, es soll etwas anders werden. Es ist die Zeit der Revolutionen. Historisch betrachtet, da war der Pluto noch nicht entdeckt, aber historisch hatten wir in dieser Periode, vor über 200 Jahren, 1780 rum, 1781 in dem Zeitraum sowas, hatten wir den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, das heißt die amerikanische Revolution und damit dann auch verbunden die Gründung der ersten Republik weltweit und im Zuge dann danach die französische Revolution, die dann auch Europa bewegt und verändert hat. Also das sind durchaus turbulente Zeiten, die da jetzt wieder auf uns zukommen, rein wenn man den historischen Kontext sich anschaut. Wie kann denn eine Revolution stattfinden? Unter Pluto Wassermann ist es extrem wahrscheinlich, also es gibt natürlich immer Auslösungen, aber es ist wahrscheinlich, dass Ideen geboren werden, die unsterblich sind. Unsterbliche Ideen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so diese Ideale, Leitideale der französischen Revolution, die im astrologischen Kontext auch immer wieder Uranus zugesprochen werden, das sind natürlich unsterbliche Ideen und so kann es sein, dass auch in unserer neuen Zeit eine unsterbliche Idee geboren wird oder mehrere unsterbliche Ideen geboren werden. Warum unsterblich? Weil alles nur Luft ist. Wir haben keine Kraft, diese Gedanken momentan zu erden und auch wenn man schaut, auf den Wassermann folgt ein Fisch, da wird es dann noch luftiger, dann sind wir in einer Auflösung. Also das heißt, im Prinzip ist die Frage, wie sehr erden sich denn diese neuen Ideen, die da auf uns zukommen werden. Ein weiterer spannender Aspekt, den ich jetzt so noch nie gehört habe und den ich dir halt einfach mal mitgeben möchte, was als Zeittendenz durchaus drinnen ist, wäre zum Beispiel auch die Freiheit zu sterben. Also Pluto ist Stirb und Werde, die Freiheit zu sterben. Das heißt, dass wir die nächsten 20 Jahre mehr Gesetzesänderungen merken, wo vielleicht Euthanasie, Sterbehilfe eher erlaubt wird und vielleicht sogar der Freitod anders eingeführt wird oder ein anderes Licht bekommt. Also die Freiheit zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist da auch eine Möglichkeit dieser Konstellation. Und wenn man sich so anschaut, an was da so gearbeitet wird, diese ganzen Selbstmord-Pots und Kapseln und Geschichten, also da ist das gar nicht so unwahrscheinlich, meines Erachtens nach. Was auch ein Thema Pluto Wassermann sein kann, ist natürlich der Zwang zur Freiheit oder der Zwang durch Freiheit. Das klingt jetzt momentan einmal ein bisschen widersprüchlich, Zwang und Freiheit. Aber wenn du dir mal vorstellst, theoretisch, du kannst alles sein, du kannst alles werden, du kannst alles machen, was ja so ein Zeitgeist ist, wir sind alle viele, wir sind alle bunt, wir sind alle alles, dann kann dieser Druck auch durchaus, also die Freiheit an sich, die Auswahl selber zum Druck auf das Individuum werden. Und da ist es natürlich, das Individuum gerät unter Druck, wer bin ich denn? Bin ich Mann, Frau, divers, was auch immer von der geschlechtlichen Ausrichtung her? Wo will ich mich hin orientieren, wenn ich theoretisch alles sein kann? Und das ist natürlich schon auch so eine, das kann auch ganz leicht zur Falle werden, also eine Vielfalt als Falle, eine Vielfalt als eine, ja, eigentlich wirklich etwas, wo man sagt, da kann ich mich gar nicht mehr hin verwandeln und ich kann mir womöglich Ziele setzen oder ich setze mir da Ziele oder Ideen, denen ich innerlich gar nicht gerecht werden kann. Und auch das ist so eine Schattenseite von diesem Pluto-Wassermann-Thema. Der Pluto, wenn ich jetzt noch einmal auch diesen Begriff als Schändung hernehme, wenn du den Kanal schon länger folgst, ich habe ja immer gesagt, also Pluto in Steinbock ist auch die Schändung des Rechtssystems, die Schändung der Grenzen. Also das ist ja das, was wir erlebt haben mit diesen ganzen Kriegsgeschehen, die wir haben und natürlich auch mit den ganzen Maßnahmen, die sich ja dann im Nachhinein, also im Kontext jetzt der Pandemie, die sich ja im Nachhinein dann oft als nicht rechts schaffen und auch nicht rechtsgültig herausgestellt haben, was dann lapidar mit einem, naja, sind jetzt eh schon wieder abgeschafft, einfach so kommentiert wurde. Da muss man schon sagen, also die Schändung des Rechtsstaates war Pluto in Steinbock und jetzt kommt diese Schändung in den Begriff Freiheit rein. Das heißt, du wirst durch deine Freiheit womöglich eben auch geschändet. Und da fallen natürlich Themen wie Frühsexualisierung der Kinder, fallen da natürlich mit rein. Und auch, dass ich das Gefühl habe, nur pseudofrei, also dass ich pseudofrei bin, aber das Netz immer enger wird, dass man immer abhängiger wird von Hochtechnologie, die eigentlich nur mehr in der Hand weniger Konzerne liegen, von gewissen Nahrungsmitteln, die nur mehr von einem oder zwei Konzernen weltweit irgendwo dann produziert werden. Also das kann auch eben wirklich so diese Schändung der Freiheit sein. Und dass man eben sagt, was ist denn frei? Es gibt menschliches Grundrecht, Grundrecht auf Trinkwasser und wenn man sagt, naja, diese Quelle steht aber auf meinem Land und da kann ich machen, was ich will, dann ist das natürlich schon ein massiver Eingriff und das sind sicher Themen, die man sich im Positiven, wenn man wieder den positiven Sinn einer Revolution sieht, eines Aufstandes, eines sich Auflehnens, dann muss man schon sagen und schon gestehen, da ist durchaus Potenzial, Luft nach oben da und da könnte man sich schon vorstellen, dass da Unruhen immer größer werden, also dass die Unruhe auch im Volk immer größer wird. Es ist ja auch so, dass das Jahr eigentlich, durch das, dass es so bewegt ist und dass es immer so auf und ab geht mit diesem, die Zeit auch immer schneller geht, ich denke, das wirst du ja merken, auch Uranus im Stier, das ist ja eigentlich schon nicht mehr ganz normal, wie viel auf einmal auf einen einprasselt. Also auch in der Materie, dass man sagt, man hat so viele Möglichkeiten, Optionen, man hat so viele Öffnungen, dass da alles auf einen zukommt. Also auch das, denke ich, ist ja durchaus so Zeichen der Zeit, wo man einfach auch immer wieder auf seinen persönlichen Stresspegel achten sollte. Wenn dich persönlich interessiert, wo sich das Thema Pluto in Wassermann abspielt, in deinem Geburtshoroskop, dann habe ich jetzt eine coole, coole Veranstaltung für dich und zwar werde ich am, muss ich mal nachschauen hier, am 23. Februar, also am Freitag, ich glaube, 16 Uhr so ein Event machen bei mir in Linsterheim für vier Stunden lang, wird man auch auf der Homepage stehen für vier Stunden lang, wo man wirklich schaut, Pluto im Wassermann, wo steht bei dir persönlich das Zeichen Wassermann, welche Lebensthemen werden davon betroffen, was sind die größeren Themen dieses Zyklus für dich, für die in dieser Zeit. Und da lade ich dich jetzt schon mal herzlich dazu ein. Denn wie gesagt, wir machen das dann live am Februar, am Freitag, bei mir in Linz in der Praxis. Vielleicht warst du ja bei dem Event Vision 24 dabei, also letzten Jahres am 29. Also so wird das gestaltet. Es wird ein gemütliches Zusammenkommen werden. Ich werde einen Vortrag halten. Wir werden uns dann einzeln, individuell, dein Horoskop da auch reinschauen, in einer etwas komprimierteren Form. Aber das Ganze soll einfach ein netter Abend sein. Es gibt natürlich Kleinigkeiten zu knabbern und zu trinken und da freue ich mich auf dich. Gut, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen jetzt, wieder ein paar so Bilder dazu zu erlangen. Denn wichtig ist ja letzten Endes, Astrologie ist eine Bildsprache, ist eine Symbolsprache auch neben dieser ganzen Deutung. Und das sind ja auch Seelenbilder, die sich da manifestieren. Und ich denke wirklich, also diese Umbrüche, dieses Neue, kann auch sein, wie gesagt, dass Ideen geboren werden, jetzt geboren werden, die sich noch nicht wirklich erden, die sich vielleicht dann erst in 50 Jahren wirklich erden oder eben in einer ganz anderen Zeit. Weil da muss es schon immer gut zu. Also wir sind im Aufbruch, im Aufruhr, aber bis ich das alles setze, denke ich, wird das länger dauern, wenn man jetzt rein vom Pluto her geht. Denn wenn Pluto jetzt da hingeht, dann das nächste Zeichen, in das er her geht, sind dann das Fischezeichen, so in 20 Jahren. Und da ist dann wieder so diese, dann ist wieder so absolute Transformation und absolute Auflösung. Und da geht es dann wirklich um den Wandel ganz tief im Inneren. Jetzt geht es mehr um deine Bilder, um deine Visionen, um deine Ausrichtung, wo du dahin gehst. Gut, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Bad Aussee heute mal, ausnahmsweise, dein Oliver Eireny. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss, bis nächstes Mal.